Unglaublich. Was denkst du? Glaubst du, er weint? Allein sein Personal sind schon 10.000 Menschen, die er mit Arbeit versorgt. Da ist er mit seiner Eskorte! Ich finde ihn überhaupt nicht so klein, wie alle sagen. Sag mir, dass das wahr ist. Ja, es ist wahr. Er hat Hände wie ein König. Ich finde, er sollte einen Ring tragen. Ich würde so gerne in seinem Gehirn wohnen. Wenn er sich anzieht wie ein Admiral, macht er mich ganz verrückt. Aber Kinder also wirklich. Silvia. Ich bin auch ein Mann. Ich bin ihr Enkel der Nacht. Ich weiß das alles, weil ich das Drehbuch des Lebens kenne. Und was ist mit meiner politischen Rolle? Ganz einfach. Überzeugt die Senatoren davon, auf deine Seite überzuwechseln. Ich soll diese sechs Senatoren überzeugen. Ich schwöre, dass ich der Verfassung der Republik treu sein werde, mich an all ihre Gesetze halten und dass ich in der Ausübung meines Amtes stets nur die Interessen unserer Nation verfolgen werde. Es ist alles furchtbar peinlich, Präsidentin. Bravo, Präsidentin! Bravo, Präsidentin! Bravo, Präsidentin! Ich bin der Grund, warum ich der Kastel bin. Ich bin der Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel. Ich bin der Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kastel-Kast